Die entscheidende Idee der Atomphysik bestand darin, davon auszugehen, dass Atom nur gar kein Aussehen haben. Und das finde ich sensationell. Also da ist etwas in der Welt, das die Dinge, die ein Aussehen haben, aufbaut, ohne selbst eins zu haben. Und das würde ich gerne, im Aussehen steckt ja auch das Aufbauen drin und irgendwie können Sie das Wort Information wieder da reinbringen, dass da eine Formation entsteht und das müssen wir wirklich verstehen. Der entscheidende Punkt ist, dass die Atomphysik dadurch entstanden ist, dass die Pioniere gar nicht mehr davon ausgegangen sind, dass die Atome überhaupt eine Gestalt haben, sondern die Gestalt dadurch zustande kommt, dass sie ihr die geben. Und das Verrückte ist, in der Zeit, in der das passiert in der Physik, macht die Kunst dasselbe. Die Kunst geht davon aus, dass die Welt gar kein Aussehen mehr hat, sondern dass das Aussehen durch die Kunst entsteht und das nennt man abstrakte Malerei. Oder in den Worten von Picasso, ich male nicht mehr, was ich sehe, ich male nur noch, was ich denke. Ich kann die Welt ja gar nicht mehr sehen, das hat man ja auch erfahren, weil das meiste Licht in der Welt unsichtbar ist. Die meisten Strahlen. Die radioaktiven Strahlen, die elektromagnetischen Wellen, die Röntgenstrahlen, die Gammastrahlen, alle unsichtbar, aber die sind alle da. Und wenn ich die Welt beschreiben will, wie sie ist, kann ich sie nicht mehr so beschreiben, wie sie aussieht. Wenn ich die Welt beschreiben will, wie sie ist, aber nicht mehr nutzen kann, was ich sehe, muss ich die Welt erfinden. Und das nennt man abstrakte Malerei. Ich glaube auch, dass man dann eine Menge lernen kann, und zwar aus vieler Hinsicht. Auf der einen Seite, ich hatte ja gerade das Beispiel gebracht, dass die Sichtweisen sich in ähnlicher Weise entwickeln. Natürlich völlig unabhängig. Es ist nicht so, dass Picasso guckt, ach, die Physik ist abstrakt, das mag ich jetzt auch. Oder die Physiker gucken, ach, Picasso malt abstrakt, jetzt mag ich das auch. Sondern das sind unabhängige Tendenzen, die plötzlich aber dasselbe Ergebnis haben. Das könnte man dann mit dem schönen Zeitgeist umschreiben, den man dann verstehen müsste. Also ich glaube, dass da eine Menge Übereinstimmung ist. Das war schon im 19. Jahrhundert der Fall, also im 20. Jahrhundert intensiver geworden. Was ich jetzt inzwischen finde, ist, dass das Gespräch zwischen Kunst und Wissenschaft an Intensität zunimmt. Und zwar, weil die Wissenschaft das Problem hat, dass sie ihre merkwürdigen Einsichten vermitteln muss. Also mein einfaches Beispiel immer, worüber ich um eine Hilfe bitte bei der Kunst ist. Wir wissen, oder die Physiker wissen, dass über die, zum Beispiel das, was Atom oder Elektronen auszeichnet, ist, dass die in einem, solange ich sie nicht beobachte, sind sie in einem Zustand, den man Superposition bezeichnet. Das bedeutet nur, dass sie nicht in einem definierten Zustand sind, sondern changieren zwischen zwei, drei Möglichkeiten. So, jetzt zeigen Sie mal, wie das aussieht. Also Sie können, das können Sie nicht malen, da können Sie hinschreiben, da schreiben Sie die mathematische Formel hin, dann können Sie es berechnen. Aber das ist jetzt dieser schöne Unterschied, der auf eine Formulierung von Werner Heisenberg zurückgeht. Wenn Sie es berechnen, haben Sie es mit dem Kopf verstanden. Aber was Sie gerne möchten, ist mit dem Herzen es zu verstehen. Und dann unter uns gesagt, die meisten Menschen können Physik am besten mit dem Herzen verstehen, dann muss es Ihnen aber jemand so erklären, dass es mit dem Herzen verstehen kann. Mit dem Kopf kann das vielleicht ein Physiklehrer oder ein Professor für Physik, aber nicht der interessierte, gebildete Mann oder die gebildete Frau auf der Straße. Da muss was anderes her. Und mit dem Herzen ist immer dann, wenn Sie ein schönes Bild sehen, das sozusagen Ihre Augen öffnet, das Sie dann in Ihre Seele lassen, mit dem Sie dann ein inneres Dialog anfangen, wo Sie dann die inneren Bilder, die Sie erzeugen können, mit den äußeren Bildern, die Sie gesehen haben, zusammenkommen und dann das Glücksgefühl der Seele generiert, das viele Leute schon beschrieben haben. Also Einstein hat das auch beschrieben, Van Gogh hat das beschrieben, das Feuer in der Seele brennt plötzlich und er hat verstanden, worauf es ankommt. Aber das ist Verstehen mit dem Herzen und dazu brauchen wir die Kunst. Die Wissenschaft kann das nicht alleine machen, die Wissenschaft kann Ihnen berechenbare Ergebnisse liefern, die dann in der Kunst vielleicht dem Herzen zugewandt werden können. Das ist Verstehen mit dem Herzen und Herzen und Herzen.